so ich bin zurück im dungeon bin voll geheilt hab hab noch zeug dabei oh fuck ich muss sie wieder besiegen der letzte ist immer am schlimmsten warte mal hier gibt es fünf rubine wenn ich sie besiege also weiter geht es die muss ich auch wieder auf oh mein gott was ist denn das das doch wirklich ich weiß nicht ich weiß nicht ob man es wirklich schwer nennen kann das ist eher schwer fällig halt man muss schon gut kämpfen können in dem game aber ja wenn die sich so plötzlich umdrehen das ist doch schwachsinn shit was ein rotz ich bin wieder fast tot vergesst es ist ob es mir das wert ist da gibt es ein paar bomben sehe ich gerade jetzt habe ich für ein paar bomben die ich mir richtig billig kaufen kann jetzt mein mein trank einsetzt was ist das denn äh ich setze mein trank jetzt rein das dauert ziemlich lange ja das habe ich wirklich gebraucht ich habe schon den stab ausgewählt da bringt es was die zu besiegen ich glaube nicht oder na ja macht das nur von hinten schaden das macht nur von hinten schaden ich habe keine ahnung was mir damit sagen willst ich weiß nur dass ich hier drüber kann ach und das ist der boss ich kann ja rüber direkt zum boss zu kommen ach ich muss mich beim boss rein sprengen also zum boss rein sprengen dann mache ich direkt den boss oder okay sollte nicht so jolo drauf gehen ich gehe eher anders jolo drauf easy ich bin aber noch nicht fertig mit dem dungeon mir fehlt noch ganz schön viel ich will erstmal die karte holen wo ist die denn eigentlich ja ok ich gehe jetzt mal hier rein damit ich in dem raum schon war zack ähm ich muss jetzt noch die restlichen räume absuchen aber oh nein ich muss die dafür besiegen ich kann nicht hitten alter ich kann nicht hitten alter ich kann nicht hitten alter ich kann nicht auch noch hoch ich kann nicht auch noch hoch warte mal kann ich das auch mit diesem stadt machen alter alter warum ist das so schwierig es geht doch mit dem stab ok 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 was ist das alter bitte warum muss halt doch noch mal einsetzen nur weil ich den danschen komplett sehen will und aus dem fit mehr ich weiß nicht ob mir noch ein paar schon alt empfiehlt klar und jetzt direkt wandelt 8 der hat mir die karte getroppt da kann ich mich auch da drüben reinbomben warte mal das ist wieder der boss den muss ich erstmal besiegen okay das warum mein schild reagiert überhaupt nicht ich kann es nicht besiegen wenn du deine augen nicht öffnest fuck alter gut ähm ich bombe mich da drüben rein zack geht sogar runter achso so ein geheimraum äh da oben wenn ich die musik bekomme ich noch ein paar bomben soll ich es vielleicht machen ah YOLO zu da oben kann ich auch noch mal hoch für ein paar bomben ich geh mal rein wenn sich die Tür schließt habe ich Pech gehabt okay die Tür hat sich geschlossen aber hier das ist nicht im ansatz so schwierig weil ich da nicht durchgängig beschossen werde von allen seiten jetzt bin ich natürlich trotzdem getroffen worden aber trotzdem ist es viel einfacher so und jetzt kann ich noch rüber ja muss ich natürlich auch wieder ein paar gegner besiegen ich hasse es wenn die sich einfach so plötzlich umdrehen okay und solange die da drin sind besiege ich erstmal die Hasen oder Ratten mich erinnern die aber eher an Hasen da komme ich jetzt natürlich nicht rein weil ich da erst die Gegner besiegt haben muss kann ich auch machen wie seh so ah hier gibt es stimmt das Item brauche ich unbedingt ich brauche das Item unbedingt also hätte ich das vergessen dann wäre ich beim nächsten Dungeon ich glaube nicht mal reingekommen oder so so habe ich alles ja ich habe alles ich muss jetzt nur noch ähm das Drifos vervollständigen zack hier drüben rein oh shit oder mal bin ich hier wirklich richtig oh fuck ich muss die nochmal besiegen warum denn warum muss ich denn ständig die nochmal besiegen diese blauen Typen ständig muss ich die besiegen das ist so nervig alter nicht euer ernst ich glaube ich gehe hier drauf ich glaube ich gehe hier tatsächlich drauf halbes Herz halbes Herz fuck alter nein oh fuck was ist denn das für eine scheiße naja grüß hier werden meine Lieben sowieso wieder aufgefüllt alter das hat lange gedauert so beim nächsten mal geht es dann zu Gannern in den Death Mountain und ja dann bis zum nächsten Part gulles diagnostos ja ho ro los zum und , alles das k du das pu das w um